Hasta la bonzu, wababuchachos! Herzlich Willkommen zurück und eure Nüsse seien gekrawelt hier bei den Losers. Wir zocken auf Grenze, richtig geile Map zusammen mit Nugget und Mabossa. Zwei richtig nicht ganz so geile Spieler. Hallihallo. Hasimi, Hasimi, Hasimi. Ich bin ziemlich geil, muss ich sagen. Erstmal. Aber Pizza ist nicht relativ geil, denn er pickt mir die Hibana weg. Oh, und Nugget ist auch nicht relativ geil, weil er pickt mir die Twitch weg. Und ich muss gerade sagen, ich bekomme Bock auf Pizza. Ich wollte Twitch zocken, du Wichser. So ein Bastard. Du bist einfach so ein langsamer Junge. Egal, mir fällt gerade ein, ich habe noch Flammkuchen. Deko ist langsam. Einfach Hashtag Deko ist langsam in die Kommentare, Leute. Hashtag Deko ist langsam. Hashtag Flammkuchen ist Liebe. Also KuchenTV hat seine Freundin geschlagen und Mabossa hat es verdient. Was? 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 Scheiße, jetzt sind sie hier. Alter. Nein, das ist ja gerade so. Irgendwann. Muchacho, schreibt mal in die Kommentare eure Meinung zu dem Thema. Also das ist natürlich wieder super geiles YouTube-DSDS. Ne, nicht DSDS. Ne, GTSZ. Was hast du gesagt? Ich dachte, ich wollte gerade sagen, Familie im Brennpunkt. Also, ja, oder so. Genau. Also KuchenTV soll seine Freundin geschlagen haben, seine Freundin soll ihn aber auch geschlagen haben. Deswegen meint KuchenTV, das wäre auch noch gewesen. Ich glaube, das ist sogar... Ja, natürlich. Ja. Und KuchenTV ist jetzt eine Woche lang seiner Wohnung verwiesen. Genau. Das ist der Hammer, Alter. Das ist richtig krass, Alter. Und er wird aus seiner Fügel ausgeschmissen. Eine Woche lang darf er nicht mehr... Ja, okay. Aber man muss sagen, also die Polizei ist da ja hingekommen und die muss ja festgestellt haben, dass seine Freundin nicht mehr körperlich komplett unfassend war. Und, äh, da hab ich auch gesehen, äh, gab's ja auch... Hat sie auch wieder gepostet von sich, dass sie so kleine Schrammen hatte. Und im Gegenzug hat's halt KuchenTV gepostet, dass er auch Schrammen hat. Ich hab aber auch Schrammen. Und er natürlich dann auch körperliche Gewalt erfahren hat und sich dafür natürlich rächen musste. Ähm... Ich geh jetzt nicht um die Hude. Oh, so ungefähr. Reload, reload. Wieso spielen wir noch 3 gegen die 5? I don't know. Leiden wenigstens sind es noch wir. Ja. Ich greif gerade von der Nordseite an, by the way. Oh. Im Office ist Castle. Ja. No, hab ich ihn noch? Oh, shit. Ich glaube, ich muss woanders lang gehen. Einer ist... ...Hallway. Marvin, rechts an der Tür ist die ganze Zeit einer gewesen. Ja, hier. Warte, ich warte noch kurz, sonst muss ich gleich rushen. Wow. Digga, die haben auf jeden Fall eine Cam hier, die Aslaks. Digga, wo kann man denn hier reingehen jetzt? Dann rotier ich. Holway ist einer. Ey, wir sind noch zu zweit gegen 5, Alter. Was ist... Natürlich, die pimmeln schon an jedem Scheiß-Eingang. Ich kann nur irgendwo reingehen. Ich hab einen. Das war der Jäger. Das war der Jäger. Alter, meine Cam ist eigentlich geil. Ich mach den Scheiß mal eben auf hier. Warum ist hier ne Camera drin irgendwo? Marvin, ich lass mal... Oh, fuck. Oh, fuck. Du hast die Bombe... Du hast die Bombe hier irgendwo liegen lassen? Na, warte. Ich rotiere. Alter. Oh. 30 Sekunden. Du musst pushen gleich. Du musst pushen gleich. Ich geh hin auf den Stairs. Ja. Legion und Backeries. Da auch noch. Hinter der Wand. Die sind drinnen im Büro. Ja. 15 Sekunden. Bonus weg. Ich rushe jetzt den Scheiß. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ja. Leu. Du kleine Huch. Ich rechte dich. Genau so. Echt? Ey, aber... Also mal ganz im Ernst, ja. Wir haben ja jetzt noch alles versucht. Leider hab ich keinen Kill mehr gemacht. Ich hab immer 2 Kills gemacht. Aber... Dass wir einfach 2 gegen 5 spielen. Was zum Fick. Uh. Ja. Ich konnte leider nicht von hinten dann Altaka machen. Weil er einfach alles verkackt hat. Ah naja. Ich würd sagen, das war das Karma. Weil wir über KuchenTV geredet haben. Ich bin Mira. Also, Muchachos. Ich will noch mal dazu sagen. Das ist natürlich alles Hörensagen. Ich habe weder mit KuchenTV noch mal geredet. Noch mit seiner Freundin. Alles Hörensagen. So die Infos, die halt gerade im Internet kursieren. Ich hab davon nichts mitbekommen. Aber ich würd gerne mal eure Meinung interessieren. Meint ihr... Ist es in Ordnung Frauen zu schlagen, wenn sie zuerst irgendwie handgreiflich geworden sind? Also ich glaube, ich müsste mir sogar überlegen, ob ich eine Frau schlagen würde, wenn sie mir richtig in die Eier tritt. Selbst dann müsste ich noch überlegen, ob es in Ordnung ist, eine Frau zu schlagen. Alter, bei diesen Themen ist auf jeden Fall unsere Monetarisierung schon mal wieder finart. Ich würd sagen, wenn die Frau aussieht wie ein Mann, dann ja. Wenn Frau aussieht wie ein Mann. Okay, also ich würde sagen, ab einer gewissen Armbehaarung, oder? Nein, ab einer gewissen Testosteron-Gehalt im Blut. Bist man lust? Sieht man, sieht man den Menschen an. Sieht man. Sieht man. Sieht man am Bartmücher. Das werden die Frauen im Bartmücher schlagen. Wer aber, finde ich, eine machbare Regel. Ähm, ich hab eine Twitch-Stone da gemacht. Da hat so eine Frau so ein bisschen Dreck da über der Lippe. Durch ein Bart! Wird umgeknackt. Das war ja nur Dreck. Das war nur ihr Scheiße-Hitlerbett. Sie wurde gettland. Alter, kippa! Sie wurde gettland und da von ihrem Freund zusammen geschlagen. Scheiße, Junge. Was für Scheiße, Alter. Okay, Wuchacho. Ist wieder Uhrzeit, ne? Ja, ne? Ihr wisst bescheid. Uhrzeit. You know, you know. Why? Also bis jetzt kommt noch nichts. You know, how the rabbit runs. Ja, how the rabbit. Das ist ein gutes Wort, ja. Oh yeah, Baby. Oh, ich hab ihn gefunden. Oh, bei mir sogar. Es kommt bei mir was. Boys. Deko, hier? Oh, das ist offen, das ist offen. Was denn? Leute, hier kommt was draußen. Ja, ich seh's. Sag mal, wenn er... Zwei Leute sind da. Zwei Leute. Aber eine zielt zu dir. Na gut. Okay, okay, okay. LOL. Ich wurde... Ich bin gequitscht. Ohhhh. Oh, Dega, was geht hier wieder los? Huuu. Alter, Marvin. Dega. Vier Leben. Oh, shit. Twitch, Twitch on your left cover up, probably. Oh, ja. Intrigation, Intrigation, Intrigation. Nein! Oh, oh. Dega, sie springt da wieder zurück. Oh, oh. Friendly last Operator standing. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Oh mein Gott, ey. So viel Glück muss man erstmal haben. Muss auf jeden Fall anfangen, vorsichtiger zu werden, wenn ich unten Marvins Arschloch däffe. Ich glaube, ich bin letzten beiden Male gestorben, wenn ich dann weiter rotieren wollte. Ja, war doch alles sogar super. Digga! Der war doch gehört! War alles was? Da war alles safe eigentlich. Ja, wirklich. Und ich hab mir extra ein Loch gemacht zum Fenster da. Es war unten nichts und dann hab ich gesagt, okay, ich hau wieder ab. Aber wenn ich weggehe von da, weg rotiere, dann werde ich immer unvorsichtig. Und genauso, als ich aus dem Arbeitsraum rausgelaufen bin, wurde ich von Twitch gekillt. Okay, aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Ich hab auch nur, ich muss vorsichtiger sein, nicht du. Okay, also sie können nicht mehr Waffenlager sein. Da haben sie nämlich gewonnen. Das heißt, ein Breacher wäre ganz gut. Wir haben Termite noch nicht. Ich nehme Termite, damit wir die Wand da aufkriegen. Okay, ich picke Twitch auch mit Breaching Charges, um den Boden aufzumachen, falls sie nach unten gehen. Mehr zocken, weniger labern, das ist die Wiese, damit wir hier nochmal zurückkommen können. Toilette, Schalter, Arbeitsraum. Ich denke mal, die sind Arbeitsraum. Aber ohne Gewehr. Ohne Pistole. Ohne Pistole. Haben die, ist jetzt eine Weltkrieg, haben sie? ELA haben wir hier, okay. Marvin, drohst du oben? Ja, ELA war gerade Weaponry. Oh, oh. Oh, oh. Wollen wir oben durchgehen? Oh, sie ist sogar hier. Wir müssen oben durchgehen. Sie macht da sogar den Boden auf. Das heißt, Schlucht passt, okay. Oh! Fuck! Castle haben sie da auch noch. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir Easters reingehen. Nee, ich kann die Wand abweißen. Das passt. Wir können ja trotzdem von zwei Seiten kommen. Das war unser Kapital, der mich geführt hat. Naja. War gut. Ähm. Wie ist das? Es ist Free. Hier läuft was. Oh! Deko, ich mach auf. Oh! Hier haben wir ELA. ELA ist in seinem Bimmelraum. Oh! 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 Mach die, das hängt sie auch. Oh! 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 Hallo! 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 ELA ist down! Marvin, komm rein. Ja. Valkyrie war noch hier oben irgendwo. East stairs. Echt? Ich aim da nicht mehr ab, ne? Ja, ich weiß, aber da hab ich's zuletzt gesehen. Okay, jetzt können wir eigentlich bei B planten, oder? Was war das denn? Ja, bei A oder B, wie du willst. Drops sind offen. Marvin, willst du hier aus dem Fenster rausspringen, unten bei B reinspringen und planten? Ich hab gar nicht die Bombe. Achso, ich hab die Bombe auch. Warte mal, Leute. Ich geb dir die Bombe. Oh fuck, hier ist aber... Da ist Mira Fenster, ne? Ich weiß nicht, ob das safe ist. Warte mal. Das check ich mal kurz. Ich hab nichts mehr. Fuck. Kannst du hinter dem Mira Fenster kurz nachschauen? Ich hab auch keine Drohne mehr. Aber ich... Weil wenn ich hier reinfahre jetzt, dann bin ich am Arsch, ne? Ja, dann mach schnell. Mira Fenster's clear, Mira Fenster's clear. Ja, okay, dann geh ich jetzt rein. Okay, ich mach den Boden oben noch auf. Wow! Wollte ich verarschen? Der ist gar nicht free. Jetzt steht da einer. Jetzt kommt der nächste da. Na, ich bin down, ich bin down. Wir müssen die rushen. Oh mein Gott. Komme. Nein! Oh! Alter, diese Calls hier! Please! Ist aber auch schon geil, Alter. Na geht's. Da waren sogar beide, Mann! Sag Papa. Ja, auf einmal kam die da rüber. Nochmal Waffenlager. Wir könnten auch tolles Schalter machen. Wir können's versuchen. So zum Überraschen. Da nehme ich smoke. Und bitte Calls geben, sobald die da planten. Das wäre super geil. Wir haben eine Valkyrie da. Vielleicht kriegen ja die Valkyrie die Cam irgendwie so planten. Ja, ist auch geil. Kannst du eine Valkyrie, die wir sehen können, wenn sie hinter der ... ... ähm ... ... fucking ... ... Drink ... ... Drink ... ... Dings ... Bums? Was heißt Getränkautomat auf Englisch? Drink Automatic? Drink Automatic Machine? Pläst die Valkyrie auf vorne. Markier mal hier oben. Right there. Right there. Ja vielleicht nicht da. Ich glaube auch nicht ganz direkt ist, aber vielleicht ... Ja, ja. Wenn wir die Valkyrie haben, dann heißt es direkt ... Tschau Kakao. Ich bin da oben. Ich weiß auch nicht genau, wo ... Irgendwo hier drüben. Auf der anderen Seite des Raums. So, sag an hier. Wohin jetzt? Sag an hier. Äh ... I would say, place it over there. Ja. Oh, that's nice. Thanks. Thank you. Störsender gestartet. Okay, hier mache ich zu. Let's look. Very ... Ich brauche oben noch einen von euch. Auf jeden Fall. Anders geht das nicht. We need two reinforcements. Lol. Need help, top. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wer möchte von euch zu mir kommen? Oh, oh, oh. Alleine kann ich ... Also ich bin eigentlich immer ganz gut mit oben drauf halten, ja? Ich kann das alleine nicht halten. Ja, wir brauchen zwei reinforcements noch. Nugget? Ich hab nur noch eine. Hohe, hohe. Alter, ich bin doch gleich tot, alter. Die sterbe jetzt. Da gibt's eine Cockstelle. Aber gerade die reinforcements hätte es vielleicht von der anderen Seite gemacht. Okay, Marvin, ich komme hoch durch Rapid Ream. Okay, da ist noch alles auf. Soll ich den Drop schließen, oder? Haben wir, Boys. Sehr schön. Nice. Hey. Schau kurz, Cams. Davor scheint ja noch nicht viel Action zu sein. Oh. Ist da einer? Wir haben gerade eine Drohne entgegen. Äh, keine hier. Wow, am Fenster. Okay. Am Fenster? Also hier im Büro rein. Da. Jetzt sei hier an dem Fenster. Schließt zumindest durch. Er ist wieder hier, glaube ich. Ja. Haben wir Headshot, Digger. Nice, Nugget. Haben wir Easters, oder was? Mhm. So, ich hau doch mal was hin. Für Easters. Einfach ein bisschen Zeit schinden. Deko, wo bist du eigentlich? Ach, da! Oh, ich dachte, du passt hier noch auf. Ich kann theoretisch meinen... Nein! Oh, ich wusste, Easters ist noch einer. Hat sich jemand gehockt. Äh, andere Seite. On the other side. Nugget, da war einer Easters, aber der kam von vor dir rein. Also von der Nordseite. Digga, ich höre schon so nichts. Aber ich hätte einfach... Ich hätte woanders reingehen sollen. Das wäre so easy gewesen. Okay, ich komm jetzt. Irgendwas ist oben. Ja. Alter Scheiße. Er kommt. Ich. Toll. LOL! Wo war die? Ach, da durch. Ich dachte, ihr könnt hier durchgekommen. Äh? LOL! Oh! What the fuck, Alter! Äh? Wie random, bitte! Sie geht einfach da auch durch. Ich würde sagen, geschenkte Kills nimmt man da mal so an. Ey, ich habe schon wieder nur einen Kill bekommen. War richtig scheiße von mir, aber lief. Ey, die Kills waren beide so, als hätten die irgendwie die Augen zu gehabt oder sowas. Blinde Kuh Challenge! Vielleicht kennen sie auch Toilette Schalter, dann nehme ich den Kollegen. Toilette Schalter. Oh, ich habe sie, ich habe sie. Oh, ja, ja, ja. Hm. Okay, wo soll ich da aufmachen? Oh, da habe ich eigentlich Bock. Deko? Wollen wir durch Toilette dann durchgehen? Ich überlege auch gerade, ja. Toilette und dann einfach hinterm runter planten. Hm. Ey, warte mal. Dann spawnen ich oben. Wo wollen wir denn dann spawnen? Äh. Es ist glaube ich Ostseite. Österliche Einfahrt. Österliche. Okay, machen wir. Ja, genau, da ist es. Ähm. C, dann fahre ich noch meine Drohne runter. Perfekt. Haben wir irgendwas, um das wegzuhauen? Maverick haben wir. Okay, nice. Okay, super. 1A. Dann geht mal vor. Deko ist Maverick? Äh, Deko ist Maverick. Wie heißt der? Monty. Monty. Ich habe sogar noch einen Flash, Alter. Also theoretisch für unsere, für unsere Technik ist das richtig OP. Geht mal vor, Alter. Hier, hier ist Frost. Wenn 1C4 kommt, sind wir alle weg. Jetzt ist es wieder überall Kacke in der Hose. Scheiße. Ja, hier ist einer. Komm rein. Ja, wir brauchen jetzt den. Da hinten. Da hinten durch. D nicht. Habe ich einen Headshot. Sehr schön. Boi. Sexy. Ich renne durch. Warte, warte. Lass mich. Ich mach den Scheiß auf. Stellt euch dahin jetzt. Los. Warte, ich droppe euch den Diffuser. Warte, warte, warte mal. Mach kein 2S-Ding auf. Mach kein 2S-Ding auf. Hier hinter liegt glaube ich einer. Hey, hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Wo ist die Halle? Wo ist die? Wo? Links. Nugget. Da hinten unten an Stairs war er gerade. Ja, ja, ja. Der Flash ist auch tot. Den nicht bekommen habe ey. Marvin planted. Planting, planting aim, planting aim, planting aim. Go to toilet, all to toilet. Marvin geht nach rechts, 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 rechts. Headshot. Nice, Nugget. Er kommt von hinten, er kommt von hinten. Stimmt auch. LOL. LOL. Meiner. Okay. Schöner Call. Danke, Nugget. Kurz bevor du ihn gemessert hast. Schade, schade. Dass sie Nugget auch nicht gekillt hat ey. Was war da los bei ihr? Digga, aber ich fick auch echt nichts ab. Ich bin einmal wieder drei Meter von euch weggegangen und war dann exposed, dass ich von vorne und von hinten erschossen werden konnte. Natürlich. Aber hast du wirklich gut gemacht mit dem Schild. Muss man wirklich sagen. Digga, ich habe gar nichts gemacht, Alter. Das einzige was ich gebracht habe war, dass Marvin so ein bisschen Schutz hatte beim Terminalplanung planten. Das war sehr gut. Sag ich doch. Das hast du echt gut gemacht. Und ich habe immerhin Lugget den Call gegeben mit dem Jäger. Aber ansonsten war ich ziemlich useless. Der? Achja stimmt, dass er da hinten in dem kleinen Raum gewesen ist. Okay. Dann wollen wir mal. Schießen wir hier erstmal auf. Boom, boom, boom. Du bist der kleine Osterkarte. Wenn andere auf die Nase. Dann ist egal. In 3-7. Irgendwann gegen jemand verschieben. Oh, du bist eine wahre Künstler. Aber. Und Charmschuss. Ich habe übrigens die Elalade im Ziel geplaced. Weil ich will, dass sie später auslöst. Soll ich direkt trotzdem mit sie reinkommen. Sondern wenn sie schon ein bisschen drin sind. Ich hoffe das klappt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh yeah. Okay. Eigentlich will ich wieder raus bitchen. Aber ich glaube das kann ich nicht machen. Will irgendwer CCTV chillen? Oder? Macht das keiner. Nee. Diese TV chillen ist doch richtig selbst. Das können wir sie alleine machen. Diko bleibst du hier? Oh. Ich kann dir Löcher aufmachen. Wo du die ganze Zeit durchgeilen kannst. Ich geh mal hin da. Das war wohl ein Nein. Also ne. Ich werde eigentlich so East stairs. Oh. What the fuck. So okay Diko. Ist es jetzt? Sauber. Marvin ist er was? Ist er schon gut los? Ne. Bis dahin. Doch. Warum sagst du sauber wenn unser Echo tot ist? Das meine ich ja. War doch sehr schlecht. Sauber. Ironisch. Digga aber warum er auch. Sich so hinpimmelt. Dass er als Echo. innerhalb von 3 Sekunden tot ist. Oh hier Fenster. Sag Bescheid wenn er zur Tür da kommt. Wo du auch gemacht hast ne. Ja. Sonst bin ich wirklich gefummelt. Also hier sind auf jeden Fall auch nochmal. Muss das hören aber. Hey. Oh East stairs kommen so von beiden Seiten. Leute. Was ist. Was ist. Hm. Oh. 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 Leder noch nicht. Crash hab ich. Ey. Wo ist die Camp? Mamma mia. Ja da war sie. Sehr schön. Warte. Ey. Komm schon. Wo ist. Nein. Oh fuck. Ey. Kapitaloort nach 5 AP. Warte. 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 Da hinten. Marvin sind noch zwei Stück. Hier. Kapitalo. Warte. Ich weiß nicht ob hier noch jemand am Fenster ist. Oh da kommt er. Ich glaube hier wieder jemand rappeln. Ja da rappelt jemand. Irgendwo da. Wow. Du guckst auf Fenster Marvin? Ne. Hey. In 15 Sekunden. Hab einen. Pass auf da ist noch einer. Gang? Ne rechts. Raus. Komm ich laufen hin. Was? Wo? Hä wo? Der ist drin. Wie ist da reingekommen Leute? Der ist hinten drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wir haben keine. Das ist noch nicht. Ne er ist im Raum. War nicht. Zum Glück. Zum Glück. Okay. Pass jetzt nur auf Thatcher. Nur Claim aufpassen. Oh gut ey. Alter. Der Coin war doch wieder episch ey. Ja aber ich hab also meine letzten Moves nicht gehört. Alter wo kam der her? Wer hat da aufgepasst alter? Wieder null aufgepasst dort. Wer auch immer das war bestimmt hier Pizza ey. Kleiner Saftpisser ey. Gewonnen. Crank, Crank, Crank. Ich geb zu euch Doggy. Doggy. Digi. Alphapack 6,6%. Alphapack 3,3%. Nope. Leider nein. Und tschau tschau tschau. Wenn ich dir gefreut habe. Gebt einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall bei Nugget vorbei. Link dazu fügt ihr in der Beschreibung. Abonnieren lassen. Blog aktivieren. Bis zum nächsten Mal reingehen. Ciao, ciao.